Deutschland braucht Veränderung. Da sind wir uns alle einig. Doch wie wir es verändern wollen, darauf hat die Politik keine Antwort. Ich bin Tijan Onoran, Unternehmerin und vor allem Bürgerin in diesem Land. In diesem Format spreche ich mit meinen Gästen kontrovers, pragmatisch und vor allem mutig darüber, wie wir Deutschland wieder voranbringen. Er ist der lauteste unter Deutschlands Top-Managern. Und wenn er sich äußert, hört ganz Deutschland zu. Ex-Siemen-CEO Joe Kaeser hat keine Angst davor, mit gesellschaftspolitischen Themen anzuecken. Was ich ihn schon immer fragen wollte, ist, wann geht er eigentlich in die Politik? Und was passiert mit der Wirtschaft, wenn die AfD an die Macht kommt? Herr Kaeser, schön, dass Sie da sind und meiner Einladung gefolgt sind. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Es sind ja wilde Zeiten momentan. Wie nehmen Sie die Stimmung in Deutschland wahr? Ich glaube, wir kriegen jeden Tag aufs Neue Stimmungsbilder, sei es Wahlen oder auch Diskussionen, die wir öffentlich mitverfolgen. Wir sehen in der Wirtschaft eine extreme Spaltung zwischen denen, denen es wirklich ganz gut geht. Ich glaube, man muss ja nur auch sehen, dass der DAX von einem hoch zum anderen sich entwickelt. Aber eben auch Unternehmen, die wirklich strukturell auch zu kämpfen haben, bis hin zur Existenz. Also es ist schon ein sehr polarisiertes Bild, das man, denke ich, auch wahrnimmt in unserem Land. Ich erinnere mich, dass Sie vor einigen Jahren mal angefangen haben, in diesem Internet Ihre Meinung zu teilen. Um genau zu sein, auf damals war es Twitter, heute X. Was hat Sie motiviert, das zu machen? Zunächst einmal hatte ich überlegt, ob es überhaupt klug ist, als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens sich in die gesellschaftspolitische Diskussion einzubringen. Weil in so einem großen Unternehmen wie Siemens, da geht immer irgendwie was schief und gibt immer irgendwo eine Baustelle. Und das Erste, was Sie natürlich kriegen, wenn Sie Meinungen zu bestimmten Dingen äußern, dass man Ihnen sagt, jetzt kümmern Sie sich doch eigentlich mal erst um Ihren eigenen Pflichtenkreis und dann können Sie ja wieder kommen. Insofern hatte ich mich versucht zurückzuhalten, bis unser Unternehmen einigermaßen wieder im Wettbewerb sich gut positioniert hat. Die werden 2017, 2018 eigentlich gemeinsam geschafft, unseren Wettbewerb wieder, sagen wir mal, auch zu performen, wie man im Managers-Sprech sagt. Und dann, glaube ich, kann man auch sich mal bei anderen Dingen beteiligen. Wenn man im Wettbewerb nicht gut genug ist, sollte man sich erst mal darum kümmern. Und dann fliegt man sich vielleicht um Dinge, die nicht im unmittelbaren Einflussbereich der Aufgaben liegen. Man darf nicht vergessen, ein Manager oder ein Vorstandsvorsitzender ist eben auch nur ein Mitarbeiter eines Unternehmens mit einer geliehenen Macht, wie man so schön sagt. Insofern muss man sich das sorgfältig überlegen. Aber ich dachte, als ich damals, ich kann mich gut erinnern, in Frankfurt in der Lufthansa-Lounge saß und wartete darauf, dass der Flug dann nach, glaube ich, USA ginge, sah ich auf einmal auf dem Bildschirm eine blonde Politikerin, die sich also ganz offensichtlich sehr echauffierte. Das merkte man aus der Mimik und Gestik. Die Lautstärke war noch auf Mute. Deshalb hatte ich dann den Kollegen da in der Lounge gebeten, um ein bisschen lauter zu machen, weil ich dachte, irgendetwas Besonderes muss da jetzt kommen. Und dann kamen eben da die ganzen wüsten Beschimpfungen über Migranten im Wesentlichen. Und ich dachte, oi, 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 wenn das jemand anderes sieht außerhalb unseres Landes, dass unter dem Bundesadler ein nationalistisches Gedankengut wieder hervorgebracht wird, dann ist das sicherlich in der Welt, da kommt das nicht gut an. Und dann hatte ich auch spontan getwittert damals noch, lieber Kopftuchmädel als buntdeutsche Mädel. Das wurde dann, sagen wir mal, ein Ausspruch, der sich lange gehalten hat und dann in weiten Teilen viel Zuspruch fand, aber eben natürlich auch eine polarisierende Wirkung hatte, die in weiten Teilen mich nicht sonderlich beeindruckt hatte, weil ich wusste, woher sie kam. Was mich aber dann doch beeindruckt hatte, waren einige Schreiben, die ich dann bekam. Eines ganz Besonderes, das mit, das handschriftlich war, ein Brief an mich, handschriftlich. Und man konnte aus der Handschrift heraus erkennen, dass es jemand sein muss, der aus der älteren Generation kommt. Und es stand sinngemäß drin, also, lieber Käser und so weiter, ich möchte doch noch einmal sagen, dass sie meine Mutter verunglimpft haben und das ist nicht in Ordnung. Sie hat uns großgezogen und ist ein Ideal für uns gewesen. Und sie war ein buntdeutscher Mädel und das sollten sie nicht sagen. Und das habe ich natürlich schon sehr bewegt, das kann man sich vorstellen. Und ich hatte dann auch zunächst versucht, die Dame anzurufen, das ging dann nicht. Und dann habe ich geschrieben, dass mir das natürlich unheimlich leid tut, aber dass wir natürlich auch überlegen müssen, wie hat das denn alles begonnen damals? Irgendjemand muss dann die Verantwortung für diese Zivilisationsbrüche übernehmen. Und sie sagt ja, ja schon, aber wir konnten ja nichts mehr machen. Und das war halt dann damals das Regime so. Und er sagte, wissen Sie, das ist eben genau das Problem, dass damals, als noch Zeit war, sich vielleicht einzubringen, gerade erst die Wirtschaft, übrigens auch die Kirche, also die Eliten, wenn Sie so wollen, oder zumindest die, die sich dafür hielten, damit dann einfach auch vorzusprechen, aufzustehen. Und das Schlimmste zu verhindern, dass 38, 39, 40 Jahre es nicht mehr möglich war, sich aufzulehnen, oder zumindest nicht mehr wahrscheinlich war, das ist natürlich vollkommen klar. Und das ist eben auch, glaube ich, eine Verantwortung, die wir aus unserer Geschichte heraus haben, alle von uns, dass wir eben uns melden, wenn wir glauben, dass wir einen Beitrag leisten können. Und nicht nur nicht vergessen, sondern auch dafür sorgen, dass solche Zivilisationsbrüche nie wieder passieren. Das war die Motivation. Und ich muss sagen, für Vorstandsvorsitzende der Wirtschaft insgesamt ist es natürlich schon immer etwas, dass man sich sorgfältig überlegen muss. Und es waren damals eigentlich ganz wenige meiner Kolleginnen und Kollegen, meistens ja Kollegen, bessert sich momentan ein bisschen. Bisschen. Ja gut, gestern haben wir dafür gesorgt. Ja, das stimmt. Dass Frau Radstrom jetzt als zweite weibliche CEO in den DAX einzieht. Und jedenfalls, glaube ich, haben wir eine Verantwortung, dass wir, wenn wir glauben, wir können einen Beitrag leisten, diesen Beitrag auch ausüben. Jetzt springen wir mal in die Gegenwart. Sie sind jetzt eher auf LinkedIn aktiv und da verfolge ich auch fleißig, was Sie machen. Und wenn Sie posten, dann gibt es auch wahnsinnig viel Feedback, viel Community-Aktivität, würde man heute sagen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese ganzen Kommentare zumindest lesen oder dieses Feedback, das Sie bekommen, sobald Sie Beiträge da eben veröffentlichen? Ja, ich nehme die allermeisten ernst. Weil es ist ja vielfach gerade auf LinkedIn auch so, dass die meisten Beiträge reflektierend sind. Also dieses, was man gemeinhin unter Trolle bezeichnet, ist, denke ich, auf anderen Plattformen weiter verbreitet als bei LinkedIn. Seitens kann man dort mit etwa 3000 Zeichen, sagt man mir immer, mehr dürfen es nicht sein, weil ich schreibe da immer ganz furchtbar viel und dann kürzt man mir die Hälfte raus, weil es sonst viel zu lang ist. Und auch Dinge, die eben nicht monokausal sind oder nicht in drei Schlagworten erklärt sind, dort auch besser erklären kann, als auf anderen, die mit ein paar hundert Zeichen dann auskommen müssen. Und ich lese die allermeisten, ich antworte auch hier und da auf bestimmte Dinge, auch auf Fragestellungen, weil ich glaube, die Leute es verdienen, wenn sie eine Frage stellen, dass man ein Hundert bringt oder auch sagt, ich weiß es nicht. Gibt es also auch vermehrt. Würden Sie sagen, es ist heute auch die Aufgabe von CEOs oder Managern und Managerinnen, sich gesellschaftspolitisch zu äußern? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde sagen, es kommt auf das Thema an. Es kommt auch darauf an, mit welcher Legitimation man das dann eigentlich macht. Man ist ja eigentlich Angestellter eines Unternehmens. Also gerade bei bürsennotierten Unternehmen ist der oder die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstand im Allgemeinen als Organ angestellt. Und wenn man das dann nicht mehr angestellt ist, ist der Spuck vorbei. Dann ist man einfach weg, sozusagen. Also insoweit muss man überlegen, woher kommt eigentlich die Legitimation, dass man als Vertreter eines Unternehmens sich zu bestimmten Themen äußert, die nicht unbedingt das Unternehmen betreffen. Das heißt, dass es nicht interessens, sondern meistens wertegeleitet sein würde. Also ich glaube, man muss die Legitimation suchen. Meistens findet man sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch einer dieser sogenannten Stakeholder sind. Die Kunden sind meistens da nicht sonderlich interessiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre, da gibt es, sagen wir mal so, Milton Friedman-Anhänger, die sagen, der Business of Business is Business. Also mit anderen Worten, kümmere dich um dein Geschäft und alles andere halte dich raus. Ich bin nicht mehr dieser Meinung, dass dieses Shareholder-Value-Only-Milton-Friedman-Doktorin der 70er noch Gültigkeit hat, wenn sie es überhaupt jemals Gültigkeit hatte. Weil nämlich aus meiner Sicht der Dinge, und das gilt jetzt ganz besonders und wird, glaube ich, auch durch soziale Medien und die Interaktion der Gesellschaft noch viel mehr, dass als vierter Stakeholder neben Kunden, neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Aktionärinnen und Aktionären auch die Gesellschaft ein ganz wichtiger Stakeholder, also Interesseninhaber ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass im Grunde eigentlich die Gesellschaft der Stakeholder ist, die die Lizenz zum Geschäftemachen am Ende vergibt. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist in einigen konsumnahen Bereichen schon so. Im sogenannten B2B-Geschäft, also im investiven Geschäft, eher wenig, weil dort die Merkmale der Produkte oft die kaufentscheidenden Faktoren sind. Aber im Verbrauchergeschäft, also wenn Sie sich dafür tun, dann kann es schon mal ganz schnell gehen, dass Ihre Produkte blockiert werden. Und da kommt dann eben auch die Komplexität für Organmitglieder, also Vorstände oder Vorstandsvorsitzende, wenn sie sich zu Themen äußern, die nicht im originären Interesse sind. Weil nämlich auch, jetzt in diesem Beispiel damals mit der AfD, dann eben auch AfD-Wähler Autos kaufen oder Turnschuhe oder auch mal Schokoriegel. Und damals wird es dann langsam komplizierter. Das muss man einfach fairerweise sagen. Und das werden ja bekanntlich immer mehr. Absolut, es werden immer mehr. Und Sie haben gerade tatsächlich auch schon die Wirtschaft angesprochen, mit der These zu sagen, okay, Gesellschaft ist ein wichtiger Treiber. Jetzt schauen wir uns die Wirtschaft im Gesamten nochmal an. Und ich muss sagen, wenn ich mir gerade so die Investments der Business Angels oder Investoren und Investorinnen angucke, erlebe ich schon, dass viele sich wahnsinnig zurückziehen. Viele Startups gehen auch, sobald sie, sage ich mal, wachsen, ins Ausland. Und mir bereitet es durchaus Sorge. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das passiert schon. Es ist natürlich im Startup-Bereich auch im Besonderen das Thema mit den hohen Zinsen ein Thema, das muss man fairerweise sagen, ist auch bis in den Private-Equity-Bereich hinein momentan ein bisschen ruhig. Aber das Thema, da haben Sie schon recht, liegt woanders. Also es liegt einfach darin, dass wir in Deutschland eine sehr hohe Risikokultur haben. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. So Startups sind meistens so Dinge, wo man sagt, naja, also wer weiß, ein bisschen so windig. Und diese Gründerkultur, die ist eigentlich gar nicht ausgeprägt. Ich will jetzt gar nicht von den Finanzinstrumenten reden und dem Risiko und diesen Dingen. Das ist nicht sehr ausgeprägt. Das ist schon etwas, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Kultur liegt, aber das ist einfach so Startup. Naja, wenn Sie mal groß geworden sind und berühmt, dann guckt man schon so ein bisschen. Aber so richtig in Deutschland, so richtig geheuer ist es der breiten Masse irgendwie nicht. Das muss man wirklich sagen. Das ist in Amerika ganz anders. Ich glaube, es liegt auch daran, und das ist schon etwas, was adressiert werden muss. Ich glaube, dass in Deutschland ganz besonders die Wirtschaft eigentlich irgendwie so ein fünftes Rad am Wagen ist. Die Wirtschaft ist ein notwendiges Übel, aber irgendwie ist es eher negativ belegt als eigentlich das, was sie ist. Nämlich, dass sie Arbeitsplätze schafft, dass sie Steuern bezahlt, dass sie eine ganz elementare Quelle der Mittelherkunft ist. Das heißt, der Mittelherkunft für den Staat, der Mittelherkunft für die Sozialleistungen, die wir in weiten Teilen zurecht machen. Und das muss sich irgendwie ändern. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, wie es geht, aber das ist ein riesiges Dilemma in Deutschland. Da geht es ein bisschen, diese Höhle des Löwen-Shows, da gibt es ein bisschen Erziehung in die Richtung, weil eben auch Persönlichkeiten auftreten, die so eine gewisse Glaubiligkeit haben. Ich heute davon. Weil man auch oft dann sehr kreative Geschichten sieht, aber es ist dann doch auch wieder ein starkes Unterhaltungselement. Absolut. Viele schauen es an und sagen, die Typen sind irgendwie cool, wie sie interagieren. Das soll eigentlich gar nicht das Motiv sein, sondern das Motiv muss eigentlich sein, was ist denn heute in Deutschland überhaupt an Innovation los? In welchen Branchen, in welchen Themen befassen sich die jungen Leute? Wie kann man ihnen im Grunde auch helfen, dass sie über eine coole Idee hinaus das auch mal als Geschäft organisieren können, wo hinterher irgendwann mal was rauskommt? Das ist gar nicht weit verbreitet. Aber wir müssen, das ist eine große Aufgabe für uns alle in Deutschland, wieder mehr dafür tun, dass erklärt wird, dass die Wirtschaft eigentlich das Lebensblut unseres Landes ist, weil ohne Wirtschaft gibt es auch keinen Sozialstaat, vor allem nicht auf Dauer. Und wir befassen uns mit Migration, ja, fair enough. Wir befassen uns mit, was auf der ganzen Welt vor sich geht, kommentieren das teilweise auch, empören uns über alles Mögliche, aber schauen viel zu wenig darauf, wie sichern wir denn eigentlich unseren Wohlstand dadurch, dass wir gemeinsam die Wirtschaft zum Erfolgsfaktor führen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte und das ist eine gemeinsame Aufgabe. Da können wir gleich nochmal dezidierter darauf eingehen. Davor würde ich gerne mit Ihnen in die nächste Rubrik einsteigen hier, in diesem Videopodcast. Die nennt sich nämlich Blitzrunde. Das heißt, ich stelle ganz schnelle Fragen und sie im besten Fall ganz schnelle Antworten. Die erste Frage lautet, Joe Käsers Privathandy, die Nummern, welcher Spitzenpolitiker und Politikerin haben Sie eingespeichert? Ziemlich viele. Da muss ich jetzt wieder ausholen, weil es einfach lustig ist und auch ein Bild gibt. Ich habe sogar die von Donald Trump bekommen damals. Das ist jetzt nicht eine besondere Leistung. Was ich damit ja sagen will, ist, wie unkonventionell die damalige Regierung waren. Wahnsinn. Also ich hatte mich selber gewundert. Weiß nicht, ob es die noch gibt oder nicht mehr. Können wir einmal probieren. Ich wollte gerade fragen. Eigentlich bist du immer anders. Dann haben wir den Secret Service am Hals. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber jedenfalls hat der sogar solchen Leuten wie mir sein Handy nicht mehr gegeben. Und die funktionierte auch ungewöhnlich. Ja, Wahnsinn. Unkonventionell, würde ich sagen. Aber es gibt viele, ja. Also einige habe ich schon länger nicht mehr probiert. Aber wir haben uns viel ausgetauscht, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, von der Bundeskanzlerin damals bis zum heutigen. Und man muss ja nicht damit prallen, dass man die Händenummer hat. Das ist ja eine Aufgabe, eine Verantwortung, damit zirkfältig umzugehen. Aber manchmal wird es nicht schaden, wenn man ein bisschen mehr frägt. Aber den Bundeskanzler könnten Sie jetzt auch anrufen? Wenn er abnimmt, ja. So, aber wir wollten ja Blitzrunde. Genau, Blitzrunde. Joe Kieser tritt den Grünen bei, wenn? Die Grünen schaffen, der Realpolitik einen stärkeren Raum zu geben. Wenn Joe Kieser jetzt nach dem Beben bei VW am Ruder wäre, würde er was machen? Eine konzertierte Aktion, weil der Verfall schon sehr weit vorgeschritten ist. Das kann man alleine nicht mehr lösen. Sie werden von Olaf Scholz zum Dinner ins Kanzleramt eingeladen. Worüber reden Sie beiden und welche Bemerkungen könnten Sie sich nicht verkneifen? Worüber wir reden, würde er bestimmen. Ich würde ihm raten, erklären. Erstens, zweitens erklären, drittens kommunizieren. Sehr gut. Das kann ich auch erklären, aber die Realfolge könnte er sich aussuchen. Sehr gut. Vielen Dank, da machen wir weiter in unserem Talk. Das war ja Blitz. Das war wirklich Blitz, Blitz, aber jetzt weiß ich das mit Trump immerhin und dann gucken wir mal, was beim Dinner mit Olaf Scholz passiert. Sie haben in einem Reuters-Interview Anfang des Jahres die Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen aufgefordert, offen auf die Folgen von AfD-Wahlerfolgen hinzuweisen. Sie haben gesagt, wer die AfD wählt, entscheidet sich für den Verlust des Wohlstands unseres Landes und seiner Bürger. Ist es eigentlich nicht genau andersrum, dass der schleichende Verlust unseres Wohlstands viele Menschen zu den Rechten treibt? Naja, sagen wir mal so. Ich denke, dass der Wohlstand in Summe in Deutschland nicht abgenommen hat. Jetzt. Im Übrigen sind wir jetzt gerade von Nummer 4 auf Nummer 3 in der Welt vorgerückt. Also irgendwas muss noch funktionieren. Und wenn Sie das Steueraufkommen ansehen, das steigt seit Jahren unerführlich an. Also die Einkünfte, der Umsatz sozusagen der Regierung steigt kontinuierlich an, weil die Einnahmenseite steigt. Also irgendwas muss schon funktionieren. Ich denke, was die Menschen in Richtung der populistischen Bewegungen treibt, da gibt es ja nicht nur eine, ist, dass es die Angst vor der Zukunft ist, diesen Wohlstand zu verlieren. Das ist meine These. Die wird teilweise bestätigt, wenn ich mit Menschen rede, also mit so vielen rede ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Viele werden auch mir die Wahrheit sagen, weil das gehört auch Mut dazu, solche Dinge zu besprechen. Und das andere ist halt, das muss man schon sagen, dass derzeit die Regierung nicht gut erklärt, was sie machen will und auch teilweise dann aus Gründen nicht weiß, auch sich hinreißen hat lassen, sofort Maßnahmen heraus zu kommunizieren, die einfach verwirrend sind. Ich denke an das Heizungsgesetz zum Beispiel und dann kam noch irgendeiner an und verbietet die Globuli. Das sind natürlich Dinge, wenn Menschen nach der großen Linie suchen. Wenn Menschen so einmal suchen, wie geht es jetzt hier mit unserem Land in der Zukunft weiter? Wo ist mein Platz darin? Wie kann ich wieder Zuversicht schöpfen, dass es in unserem Land nicht völlig bergab geht? Dann sind solche Maßnahmen natürlich komplettes Gift. Wenn wir das jetzt mal durchspielen, ich meine die Landtagswahlen haben es im Osten jetzt gezeigt, dass die AfD auch wirklich an die Macht kommen kann. Was würde das konkret für die Wirtschaft bedeuten? Also ich denke auf Bundesland-Ebene nicht sonderlich viel. Man würde sehen, wie sich die einzelnen Dinge dann entwickeln. Ich glaube, Herr Höcke hat ja gesagt, alle, die nicht meiner Meinung sind, sollen vor die Hunde gehen. Sinngemäß. Das ist ja zitiert worden. Also das ist natürlich schon eine beachtliche Aussage, zu sagen, die Mittelständler, die sich hier zusammengetan haben und gegen mich waren, denen soll es richtig schlecht gehen. Ich meine, es sind ja Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da dazwischen sind. Die Unternehmen haben im Zweifelsfall Alternativen, dass sie woanders hingehen. Das ist ja die ganze Thematik in unserem Land. Also die Unternehmen, die haben Optionen. Die Verantwortung der Unternehmen ist es, dass sie eben die Menschen, die die schwächsten Glieder in dieser Wertschöpfung sind, dass sie für die sorgen. Es ist ein leichtes für Unternehmen, zum Beispiel wie Siemens, zum Beispiel aus Gürlitz oder aus Erfurt rauszugehen und sagen, das machen wir jetzt woanders. Das fällt für das Unternehmen gar nicht auf, aber für die Menschen natürlich. Und das ist eigentlich die große Verantwortung, die die Unternehmen haben. Also insofern glaube ich, würde eine AfD-Regierung auf Landesebene zunächst einmal nicht sonderlich der Wirtschaft schaden. Es war ungewöhnlich, muss ich sagen, wie stark das Ausland reagiert hat auf die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen. Das habe ich mich überrascht, muss ich zugeben. Ich dachte, naja gut, Bundesland ist dann doch, also so nach dem Motto, was würde uns interessieren, was gerade in Tennis-Siege gewählt wird. Naja gut, Amerika ist größer als das oder ein anderes Bundesland. Aber das habe ich doch trotzdem überrascht. Und da sieht man dann doch, dass die Welt noch auf Deutschland guckt im Sinne von rechts zurück. Und die Welt nimmt den Rechts zurück bei uns in Deutschland anders wahr als in Ländern wie Frankreich oder Italien. Wir sind ja nicht alleine. Also rechts zurück ist ja momentan populär. Aber in Deutschland fällt das ganz besonders auf. Und das soll auch für uns nochmal eine Mahnung sein, dass die Welt nicht vergessen hat, woher wir kommen. Eben, die Welt erinnert sich. Ich hatte dazu auch ein ganz tolles Gespräch mit Margot Friedländer. War eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit, die auch tatsächlich O-Ton gesagt hat, dass sie von Deutschland enttäuscht ist. Und wenn man so etwas von so einer Person hört. Aufgrund der letzten, ja, das ist echter Besorgungserregen, weil es war immer jemand, der für Versöhnung und Vergebung stand und gesagt hat, eure Aufgabe ist es, es nicht wiederholt und nicht auf ewig Schuldgefühle zu haben. Das ist sehr ermunternd eigentlich. Das ist echt schlimm, muss ich sagen. Und das zeigt aber natürlich auch, dass die Menschen auch darauf reagieren, was um uns herum passiert. Und es gehört auch natürlich dieser Islamismus als politische Gewalt, nicht als religiöse Alternative. Ich glaube, war das Herr Wulff damals? Der Islam gehört zu Deutschland. Der Islam gehört zu Deutschland. Also ich würde das insoweit gelten lassen, auch immer noch, wenn man sagt, die Religion als solche, wenn sie hier ausgeübt wird, sollte auch in der Religionsfreiheit sein. Aber wenn man das natürlich politisch auch entwickelt, so wie jetzt dieser Islamismus definiert ist, dann hat das keinen Platz in Deutschland. Wer in unserem Land sich nicht an die Regeln und Gesetze halten, wie das hier gibt, der muss auch dann gucken, wo es besser ist für ihn oder für sie. Das muss auch deutlich gesagt werden. Und weil Sie eben vorhin so vergessen, Entschuldigung, weil Sie sagten, warum die Menschen halt auch extrem wählen. Das eine mag die wirtschaftliche Zukunftsangst sein. Das andere ist etwas, was wir auch schon sehr dramatisch damals gesehen haben, 2015 war es. Wir schaffen das, nämlich der Kontrollverlust des Staates. Und wenn Menschen besorgt sind, dass die ordnungspolitische Komponente einer Demokratie, nämlich die Ordnungsmacht des Staates nicht mehr durchführbar ist oder versagt, das ist ein Riesenproblem. Das muss man einfach so sagen. Und da haben wir, glaube ich, Defizite und die können wir regeln. Das Thema Zukunftsangst, das ist eine schwierige Kiste, weil natürlich Zukunftsangst auch von der Veränderung kommt. Und Veränderung ist natürlich naturgegeben. Zukunftsangst kommt auch von der demografischen Entwicklung. Mit Rente ist sie sicher und diese Sachen. Das ist eine problematische Geschichte. Da muss man erklären und Mut machen und Beispiel geben, wie es gut läuft. und dann am Ende auch immer wieder sagen, bei uns muss niemand, wenn es richtig läuft, kann jeder in Würde den Lebensraum genießen. Oder wenn das Einkommen über die Arbeit nicht mehr reicht, dann bin ich der Meinung, muss die Gesellschaft den Menschen helfen. Aber eben in der Reihenfolge. Erst arbeiten, wenn das nicht reicht, helfen. Nicht erstmal helfen, aber mal gucken, ob noch was übrig bleibt zum Arbeiten. Die Reihenfolge ist nicht ideal. Aber dieses Thema Gewaltverlust, Ordnungsverlust in Deutschland, das ist ein Riesenthema und das können wir ändern. Vermissen Sie eigentlich Angela Merkel? Ich weiß nicht, ob sie mich vermisst, wahrscheinlich weniger als ich sie. Wir haben das jetzt vor einer Weile getroffen. Wir haben uns ausgetauscht und wir beide haben uns dann darüber amüsiert, wie wir jetzt wirklich glauben, dass die Jungen und die Neuen das nicht mehr so gut können wie wir damals. Aber das gab es schon früher in der Landwirtschaft, wenn die Jungen dann übernommen haben und statt Pferdefuhrwerk dann mit Traktoren anfingen, dass es da Skepsis gab. Das ist, glaube ich, der Lauf der Zeit. Also ich glaube, sie hat viel für unser Land geleistet. Es gab ein paar Dinge, die sie vor 20 Jahren erkannte, aber trotzdem nicht gemacht hat. Also mit anderen Worten, niemand ist perfekt. Aber die wichtigste Geschichte, die wir machen, ist die Geschichte, die wir heute machen. Die andere müssen wir respektieren, aber die können wir nicht mehr ändern. Das, was wir heute und morgen machen, das ist die Gestaltung. Herr Geser, wir haben eine weitere Rubrik in diesem Format und da lassen wir User zu Wort kommen über Fokus Online, die einfach loswerden können, was sie loswerden wollen. Und ich habe da so ein paar Statements mitgebracht. Eins davon lese ich Ihnen mal vor und zwar von Fokus Online Leser Volker und ihre kleine Challenge ist da jetzt darauf zu reagieren, vielleicht sogar Mut zu machen oder Motivation zu geben. Also Volker schreibt, der Siemens-Chef hat offen Werbung für die Grünen gemacht. Jetzt sieht er das Ergebnis grünen Wirtschaftens. Sie schreiben, wie er tiefrote Zahlen. Was sagen Sie zu Volker? Wir schreiben keine tiefrote Zahlen, aber das stimmt. Ich habe damals tatsächlich gesagt, erstens mal gesagt, dass die damalige Kanzlerkandidatin das größte Potenzial von allen dreien hatte. Diese Auffassung teile ich immer noch. Das muss aber nicht nur an ihr liegen, sondern das kann ja auch an den anderen gelegen haben. Das darf ich nicht ganz vergessen, wenn man dann diese Bewertung macht. Ich denke, sie hat auch die Bundesaußenministerin jetzt auch sehr viel gelernt, sehr schnell und setzt sich authentisch ein für auch humanitäre Themen, wo man jetzt unbedingt den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnen muss oder das umschreibt. Das ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber jedenfalls stehe ich zu dieser Aussage nach wie vor. Zweitens hatte ich jetzt nicht unbedingt für die Grünen geworben. Ich habe nur gesagt, wenn ihr es wirklich ernst meint mit sozial-ökologischer Marktwirtschaft als die Mantra und Maxime des politischen Handels der Grünen, dann bin ich dabei. Dann bin ich dabei. Das war die Prämisse und ein paar haben gesagt, ja genau, das ist es. Soziale Marktwirtschaft ist ein Erfolgsmodell. Jetzt müssen wir aber dann nach zweieinhalb Jahren, fast drei, schon sagen, also ich glaube, sagen wir mal, sozial ist auf dem Weg der Maximierung oder auf alle Fälle des Anstiegs. Ich werde das jetzt gar nicht sagen, ich sage nur, wie viel wir dafür ausgeben. Das wird mehr. Nachhaltig, also Ökologie, gibt es eine Menge Versuche und ein paar Ergebnisse. Klappt auch. Irgendwie glaube ich, habe ich die Marktwirtschaft ein bisschen vergessen oder zumindest vernachlässigt. Und da haben wir ein Thema, weil die Marktwirtschaft ist die Mittel, wenn man so als Buchhalter sprechen würde, oder im Finanzbereich, die Marktwirtschaft ist die Mittelherkunft. Die Ökologie und der soziale Sektor ist die Mittelverwendung. Das wäre nicht schlecht, wenn wir für Innovationen auch ein bisschen was ausgeben, aber wenn man mit diesen drei Begriffen hantiert, dann ist die Marktwirtschaft die Mittelherkunft und die anderen beiden sind die Mittelverwendung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch die Grünen nicht nur, aber auch aus meiner Sicht dazu ein bisschen zu schüchtern, das Thema der Marktwirtschaft zu adressieren. Und wenn das nicht passiert, haben wir ein Thema. Das bringt ihnen dann diese Marke der Verbotspartei ein, die Marke der Besserwisserpartei, die alles übergriffig dann für die Menschen und die Unternehmen im Land entscheiden will. Und das ist eigentlich schade. Das muss man sagen. Und als sozial-ökologische Marktwirtschaft hätte ich das ja auch in der Dreierkonstellation abbilden können. Marktwirtschaft, so ein bisschen FDP, Ökologie, die Grünen, als Franting würde man sagen. Sie kennen die Begriffe und natürlich die SPD in ihrer sozialen Umgebung. Aber das hat nicht gut, das hat nicht so funktioniert. Das hätte funktionieren sollen, das muss man einfach fairerweise sagen. Jetzt muss man anerkennen, wir befinden uns nicht im Krieg. Das war auch einer der Fehler, die man macht. Aber die Welt sieht auf Kriegsherde, die teilweise schon so waren, dass man sich zumindest nicht hätte vorstellen können. Ich meine, hätte Sie sich vorstellen können, dass wir jetzt in dieser Zeit mit den Mitteln des Krieges des 20. Jahrhunderts nochmal ein Krieg in Europa sind? Niemals. Also ich ehrlich gesagt nicht. Und das habe ich auch maßlos das Thema Russland, Gas und Abhängigkeit unterschätzt. Maßlos, wissentlich, weil das wussten wir fast alle, dass wir abhängig sind. Der Punkt war nur, der braucht uns mehr als Kunden, als wir ihn. Weil wir als Deutschland Alternativen haben, Gas zu beziehen. Und Russland hat also Öl und Gas eigentlich nicht so sonderlich viel. Deshalb dachten wir immer, naja gut, der braucht uns mehr als wir ihn. Aber das mit dem Thema Kriegsführung, das war natürlich etwas, wo ich sagen muss, uiuiui, das hätte ich nicht erwartet. Jedenfalls ist es nicht so einfach gewesen. Covid war jetzt auch nicht so prickelnd. Das fiel alles in diese Geschichte hinein. Also insofern muss man sagen, die Ausgangsvoraussetzungen für die Bundesregierung, heutige Prägungen waren es auch nicht ideal. Das muss man anerkennen. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein Jahr Zeit. Vielleicht wird es ja nochmal ein bisschen anders. Herr Käser, als ich mich mit Ihnen nicht nur für das Interview hier befasst habe, sondern schon die Jahre zuvor, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, aber zuletzt ehrlicherweise noch mehr, wann geht es hier eigentlich in die Politik gehen? Ich kann das nicht. Weil? Ich kann das nicht, weil ich glaube, da habe ich mir früher schon schwer getan und ich glaube, das ist jetzt noch viel schlimmer. Schauen Sie, ich möchte Ihnen das anhand von Siemens erklären. Als ich 2013 mit ganz schwierigen Umgebungsbedingungen da CEO wurde, also ein ganz schrecklicher Übergang, also wirklich nicht zum Empfehlen, dann wusste eigentlich jeder, wir haben ein Riesenproblem. Wir waren weit hinter den Wettbewerbern, in Wachstum, in Profitabilität, eigentlich überall. Und eigentlich war die Verfassung des Unternehmens noch viel schlechter, als es die Zahlen gezeigt haben. Es hängt damit zusammen, dass in Infrastrukturgeschäften, bis es wirklich sehend, schon vieles im Argen passiert. So, und dann haben wir damals dieses Strategieprogramm, eigentlich war es ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt, Vision 2020. 2020 deshalb, weil ich dachte, ich brauche mindestens fünf, sechs, sieben Jahre, bis wir das in Ordnung bringen. So, das ging dann eigentlich relativ gut. Und 2017 war eigentlich, wir haben die Wettbewerber eingeholt, wir haben unseren ewigen Wettbewerber mit den zwei Buchstaben in den USA wirklich auf den Knien gehabt. Teilweise hat er selber dazu beigetragen, aber ist jetzt egal, auf alle Fälle waren wir besser. Und alle waren froh und wir waren alle happy und es war alles super. Und viele haben gedacht, ja wunderbar, jetzt ist ja mal Zeit, sich zurückzunehmen und auch mal das zu genießen. Und dann kam mich an, sage ich jetzt erst mal ich, reicht das? Und es war relativ klar, wenn man sich ehrlich macht, das hat jetzt gereicht, um aufzuholen, aber die Zukunft des Unternehmens der nächsten Generation war damit beileibe nicht gelöst. Also kam die sogenannte Vision 2020+, die dann in der Aufteilung des Konzerns in drei selbstständige Unternehmen mündete. Und da sage ich ihnen, hätte ich die Vision 2020, also die Restrukturierung, zur Wahl gestellt, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch im Vorstand, ich hätte ein absolut überzeugendes Votum bekommen, weil jeder wusste, was ein Problem ist. Also dieser sogenannte Sense of Urgency, wie man so neu hochdeutsch im Manager-Sprech sagt, den hatte jeder. Es gab, sagen wir mal, gewisse Meinungen darüber, wie man es löst. Da gab es mehrere Meinungen, aber dass man ein Problem hat und das gelöst sein muss, war jeder dabei. Die zweite Phase, die Aufteilung des Unternehmens, die Fokussierung auf Medizin, auf Energie und auf Automatisierung und Digitalisierung, also hätte ich das zur Abstimmung gestellt, ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal im Vorstand eine Mehrheit bekommen. Ich habe das einfach durchgezogen, obwohl mir das maßlos gegen den Strich ging, diese Ich-AG da. Nur, ich wusste, es war richtig, es war notwendig, und ich wollte den Nachfolgern da auch geordnete Verhältnisse übergeben. Und so, weil ich wusste, ich konnte, wenn es funktioniert, hinterher legitimieren, was ich gemacht habe, durch den Erfolg. So, stellen Sie sich mal in der Politik vor. Ja, da kommt ja gar keiner überhaupt auch nur in die Nähe, etwas durchzuziehen und hinterher den Erfolg zu legitimieren. Sie brauchen irgendwelche Mehrheiten im Bundestag oder in der Partei oder im Kabinett, um überhaupt erstmal was zu beschließen, geschweige denn umzusetzen, was möglicherweise dann über eine Legislaturperiode hinausgeht. Und da hat es die Politik echt schwer und mir fiel es immer maßlos schwer, sagen wir mal, mit einem Kompromiss dann zu leben, obwohl ich wusste, dass das eben nur 70 Prozent sind dessen, was man erreichen kann. Und wenn man das in der Politik heute mit diesen Dingen versucht, glaube ich, da geht es also ganz schön nach hinten los. Absolut. Nichtsdestotrotz, wer weiß, ich sehe Sie doch irgendwo in dem Bereich, weil ich finde das, das meine ich wirklich ernst, ich finde es total wichtig, dass Köpfe wie Sie sich auch da engagieren. Also was glaube ich, also wie gesagt, ich glaube, ich bin ja kein guter Politiker, aber was glaube ich schon schade ist, dass man wirklich sagen, und das machen andere Länder anders, will ich sagen besser, anders, die fragen hier und da mal, wie ist denn das eigentlich, was meinen Sie denn, man muss sich ja nicht unbedingt daran orientieren, aber wenn man fragen, das wäre vielleicht nicht schlecht, oder auch mal vielleicht fünf oder sechs Leute zusammenzuziehen und sagt, Freunde, jetzt macht mal was für euer Land und helft uns bei bestimmten Themen, irgendwas auszuarbeiten. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo man auch dem Land dienen könnte, weil, also ich war halt, naja, wie soll ich das sagen, viele von uns, die in globalen Unternehmen tätig waren, die haben so viele Fehler gemacht, also unfassbar viele, und da kann man fast bei jedem lernen. Und wir waren halt schon, sagen wir mal, hundertmal in New York pro Person, und wenn halt, sagen wir mal, der Bundeskanz das erste Mal in seinem Leben bei den UN-Gesprächen in New York ist, fehlt es vielleicht noch eine Erfahrung, oder wenn der Bundeswirtschaftsminister das erste Mal in seinem Leben im Mittleren Osten mit Scheichs und Prinzen und, sagen wir mal, Krumm-Prinzen umgeht, wir waren da schon alle x-mal dort, haben alle Fehler gemacht, die man sich vorstellen kann, hätte man vielleicht auch mal fragen können, wie ist denn das da so, wie geht man bestimmte Dinge an? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo, sagen wir mal, das Management, vor allem auch diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt mehr im CEO sind, sondern mehr, sagen wir mal, jetzt eben im Aufsichtsratsbereich oder einfach privatisieren, dass die ihr Land nochmal unterstützen bei solchen Dingen. Da hätte man vielleicht auch da sagen können, mach das nicht, weil ich habe das schon mal gemacht, geht total schief. Man muss sich ja nicht daran halten, aber man sollte es wissen. und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass sich einige hier engagieren, das wäre eine Möglichkeit, aber direkt in die Politik. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das muss man auch können und aushalten können. Können, ich wollte gerade sagen, und aushalten wollen in diesen Zeiten, wo man natürlich auch hart angegriffen wird. Hinter uns stehen die großen Buchstaben, nämlich Mut, so heißt auch mein Format. Zum Abschluss, was macht Ihnen in diesen Zeiten Mut? Mut macht mir, dass die Welt immer noch verbessert werden kann. Mut macht mir vor allem in Deutschland, ich will es gerne auf Deutschland beziehen, dass wir in einem Land leben, das die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das heißt, es funktioniert sehr viel. Wir leben in einem Land, das Rechtssicherheit hat. Das Rechtssicherheit, dass man sich verlassen kann auf Dinge, die man miteinander vereinbart. Das ist ein Gut, das wird leicht übersehen, weil man es für ganz normal hält. Wir sind in einem Land, das eigentlich am Ende die Mittel hat, dass keiner fallen gelassen wird. Das ist eine unfassbar große Möglichkeit für den sozialen Frieden. Wir sind in einem Land, wo man eigentlich immer zu jeder Zeit und jedermann sagen darf, was er oder sie denkt. Und das sind Dinge, die darf man nicht unterschätzen. Wir sind immer noch in weiten Teilen hoch innovativ. Der Mittelstand, auch teilweise große Unternehmen, wie gesagt, das muss ja einen Grund haben, warum der DAX von einem Rekord zum anderen geht, ohne dass die Multiples steigen, sondern einfach wirklich die Ertragskraft da ist. Was wir allerdings sehen, ist, dass diejenigen, die extraterritorial, also global unterwegs sind, denen geht es vergleichsweise besser als diejenigen, die territorial, also national unterwegs sind, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, in aller Herren Länder Produktionsstätten aufzubauen. Und da kann man auch einen Schulterschluss, muss man aus meiner Sicht, und passiert auch vielfach, machen zwischen dem sogenannten Mittelstand und den Großen. Ich beobachte immer noch, aber früher war es ganz besonders extrem, diese Eifersüchte leiden. Wir sind Mittelstand, wir sind ja die Guten, und ihr seid ja diese Manager, die nichts können, außer teure Ansüge tragen. Das ist auch albern, das ist überhaupt nicht notwendig. Das heißt, wir haben so viel Potenzial, dass wir bei gutem Willen sehr gut ausschöpfen können. Und das musst du erst mal haben. Herr Käser, ich habe mir gerade die Frage gestellt, was mir in diesen Zeiten Mut macht. Ich muss sagen, es sind tatsächlich Köpfe wie Sie, aber auch andere Manager und Managerinnen, die sich einbringen und das Gespräch hier, das fand ich jetzt total mutig, wie Sie auch einen Blick hinter die Kulissen gezeigt haben. Und wer weiß, vielleicht gehen wir auch einfach mal gemeinsam in die Politik dann. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, da brauchen wir noch welche, die uns wählen würden. Das kriegen wir aber gemeinsam hin. Ja, wer weiß. Ich meine, wenn Sie und ich uns zusammentun, allein auf LinkedIn, haben wir dann schon eine ganz große Reichweite. Ja, gut, da helfen Sie, den Durchschnitt da oben zu ziehen. Ich weiß schon, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, dachte ich, Donnerwetter, also da muss ich bei den Followern noch ein bisschen dran arbeiten. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen kostenlos nach. Ja, sehr schön zu machen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Ich muss sagen, ich war wirklich gespannt, wie Joe Käser hier auftritt und was er vor allem sagt. Weil das erste Mal, als ich ihm begegnet bin, das war vor einigen Jahren auf damals noch Twitter, heute X, da hat er einen ziemlich krassen Tweet losgelassen, der absolut viral gegangen ist. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Und deswegen war ich eben sehr gespannt, was er hier von sich loslässt und wie stark er sich auch zu gesellschaftspolitischen Themen positioniert. Und das macht er. Bei Joe Käser ist auf jeden Fall drin, was draufsteht. Fand ich sehr beeindruckend. Und das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass es heute eigentlich gar nicht mehr möglich ist, als CEO sich nicht zu äußern zu gesellschaftspolitischen Themen. Er appelliert an die Verantwortung von Stakeholdern aus der Wirtschaft, Fahne zu zeigen, Haltung zu zeigen, klar zu sein. Und das ist das, was mir ganz besonders Mut gemacht hat. Mut, der Deutschland Talk, ist eine Zusammenarbeit von Focus Online und The Honoring Company. Umsetzung Burda Studios. Regie, Sounddesign und Formatentwicklung Ikone Audio Productions. Aufnahme Redbox Studios.